Grüßt euch! So! Jetzt, also ich freue mich gerade. Gut, wir haben wieder einen Tag geschafft. Wir sind im Dezember 1. Und Dezember? Wisst ihr ja, was ich machen wollte? Was muss ich machen? Wollt es nicht gehen kann. Ist das nicht mal schön? nef! Wollt ihr mal amour? Was ist denn geschnitten? Ja, es ist doch wichtig. Das ist noch wichtig. Es ist aber, wie geht es nicht? Es ist nicht so wichtig. Es ist noch wichtig. Und wir schauen, wie es ... Es geht ja. Ich finde das ist eine gute Idee, die wir hier zum Übel zusammenfrauben machen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Dann kommt die Püren, und dann kommt die Püren. Das ist ein kleines Büro. Dann kommt die Püren, und jetzt kommt das. Dann kommt die Püren oder die Püren. Das ist ein kleines Büro. Dann kommt das. Nö, drüben nicht. Hä? Ist doch die? Wird er waschlafen? Ah ja, hier. Es ist ein kleines Büro. Ich hab mir gedacht, ich würde es eigentlich machen. Ah, okay. Gott, die Schöte, ne? Oh, man kann das ja selber machen. Ich weiß nicht, was ich eigentlich nicht brauche. Nee, warum nicht? Vielleicht find ich ja mal ein kleines Gebäude. Na, alles? Lass mal gucken, was suchen. Ich hab mir was. Schönes, schönes Büro dabei. Also, das ist gut. Nein, der ist dabei. Ist gescheits. Ein kleines Büro. Jetzt haben wir hier ein Büro mit dran. Und dann kann ich mir mal... Nö, goll. Ich mach's mal. Ist das die? Die? Die muss den? St. James Corona? das ist die ich bin und jetzt ich bin nach das ich soll aus Ja, das ist ja auch ein Junge. Darf ich noch die Halle noch nehmen? Oder soll ich noch nehmen? Nein, das ist doch normal. Komm mal gucken. Gut, inordnen. Jetzt müssen wir erstmal. Und so müssen wir auch wieder anrufen. Dann haben wir noch mal gemacht. Gut. So. Dann werden wir jetzt mal. So. Wollen denn die sehen? Ich glaube es auch. Aber ich glaube es gab ja noch etwas. Ich will das dann münchen. Nein. Nein. Okay. Dann haben wir hier unten. Ist hier vielleicht noch das Sägewerk? Nein. Es ist kein Sägewerk. Ich weiß nicht mehr wo es war. Ich würde sagen in der Nähe von irgendeinem Wald. Hier ist nochmal ein Wald. Hier ist schonmal das Palettenloch. Das ist schonmal gut. Schreiberei. Sehr schön. Ach hier. Dann nehmen wir das hier. Wir haben ja alle drei zusammen. Dann werden wir das nehmen. So. Und. Den Wald hier. Wie machen wir es mal sehen? Wir haben hier. 7,41 Sektor. 6 Sektor. Aber hier ist alles schön dicht mit Holz. Und da ist es gleich das Palettenwerk. Und wir können nicht lange mal hier frei machen. Ich würde es auch nehmen. Den Wald nehmen wir. Oh. Da kommt noch mehr dazu. Das hier ist auch alles mit. Nein. Okay. Gut. Dann werden wir mal. Köstet mich. Nein. 3 Stahlsend. Ja. 50% Rabatt. Sehr schön. Also. Hätte das normalerweise. Kostet ja bis unter Hälften. Ja. Dann hätte das 8 Stahlsend gekostet. Ja. So ist natürlich noch besser. So. 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 So weit wollte ich nie raus. Jetzt springen wir noch mal zum Seegewäck. Da ist die Halle. Achtung. 1, 2, 3. Was ist denn das? Was ist denn da? 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 Warte mal, ich brauche doch Strom, oder? Lass an, ich brauche Strom. Eine Stromklammer, ja. Warte mal, ich will ja eigentlich Bretter. Ich brauche hier für das Blättenwerk ja immer Strom. Und dann also Bretter und Hackschnitzel hergestellt. Okay, gut. So, jetzt kommen wir da noch mal. Das da, oder? Das hier müsste mein Wald sein. Also so gleich ist das irgendwie üblich, oder? Dann aber mach ich ein bisschen mehr kurz. Aber ich bin ein Geschmack. Ist das so? Ja. Das war's, das habe ichaaa. Das war's. Das war's, was ich gerade? Es gibt doch noch ein ähnliches davon. Zur Nutz müsste man sich noch ein zweites und ein drittes stellen, wenn das nicht reicht. So, wir werden die jetzt mal wieder anschalten, dass die gleichmäßig Strom kriegen. Das ist eine Schreinerei. Die wird auch gleich irgendwo. Ich sehe die Schreinerei. Die wird auch gleich irgendwo hier. Ist die da unten? Das ist das da unten. Es sieht noch eine Schreinerei aus. Das ist auch eine Schreinerei. So. 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 There is also moreUL. But this is better. bloß Booster. Ich nehme das nicht als Booster. Ich nehme es als Haupteingang mit. Und Balletten brauchen wir Pappe zum Verpacken für das Spielzeug, denke ich mal. Und für die Möbel braucht man auch. Ist für mich kein Booster. Wenn du da schon mal Bescheid wisst. Es ist für mich kein Booster. Es ist einfach Leerballettung und Verpackung des Materiales. Was man braucht. Gut, immer noch mal. Kette leer, Hülle und Hüls leer. Noch mal. Verbrechen nicht. Gut, also lassen wir das erstmal. Lassen wir das erstmal aus. So, jetzt brauchen wir natürlich Fahrzeuge. Kettenzeuge haben wir ja. So, ich brauche einen LKW. Dann haben wir logischerweise, mein Gott, haben wir auch einen Forst-LKW. Schauen wir mal. Jetzt speichert das. Ich kann speichern. Da gibt es noch zwei Blumen. Was ist das? Wir wollen nicht hin? Hatten wir nicht auch einen Forst-LKW? Schauen wir mal hier. Eine Forst-Maschine. Ja, hatten wir. Hatten wir auch. Wollen wir den auch wieder nehmen oder? ich würde sagen die nehmen wir wieder unseren forst aufkläden was die profil Steinschützgitter, auf jeden Fall machen wir auch dran und umleuchten, Frontblitzer, die Sonnenblende, noch mal eine Kräuse dran, Spreiner, ja kommt auch dran, das kommt dran, das ist jetzt wieder, hier hinten irgendwas, was ist das da, ok, kann man ja dran lassen, Steinschützgitter, ich nehme auch nix, er geht nicht mit Holz unterwegs, Zusatzkühler, Kühler, brauchen wir eigentlich nie, oder? Achso, kostet eh n Schnür, wir machen was dran, Sonnenblendematerial, Plexidlas, kräftig, komm, wir machen's, Wurbetorbe, Stammstütze, weißen wir mal, nutzen wollen, Die Zusatzspiegel, die gehören dran, die Operation ist drin, also, oder? Ich weiß nicht, wo was hier, scheiß drauf, kostet nischt, machen wir dran, Hä, da sind wir eine Folie, zumfällige Folienfarbe, wo hab ich denn hier, für was brauch ich denn hier Folie? Ich hab die noch einen, lass mal heiß, Ich hab die Farbe, ist das hier, oder? Ich hab die Farbe, ist das hier, oder? Ich hab die Farbe, 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 oder? Eigentlich irgendwas Forstmäßiges, Forst ist da, Gelb oder Orange, oder sowas, ne? Das Land ist da, oder? Ich hab die Farbe, oder sowas, oder sowas, ne? Ich hab die Farbe, oder sowas, ne? Schauen Schauen Ja, machen wir so. Die werden auch in den Gang gemacht. Krallen, da können die ruhig so bleiben. Sendenblende. Ich denke, ich kann die Änderung von der Farbe hier. So, sehe ich nicht. Nehme Chrom. Chrom-Welken müssen trotzdem sein. So, wo ist mir der Aufklärung? Aufklärung. Ne Chance. Das ist doch ein Film. Den sehr. Gut. Ne Modell. Ah! Ich sehe gerade. ich muss noch meine torte ummelden die sind dann noch nicht umgebildet dann geht es jetzt natürlich Kaufen. So, gut. Jetzt gehen wir gleich nochmal in den Pfost für die Anhänger. Okay, nehmen wir Drehung. 14. Kaufen. So, dann brauchen wir noch. Jetzt brauchen wir die Meter, wie weit sie weg stehen, oder? Dass alle vier Meter immer kommt. Oder so, ja. Standort ist, dass wir es. Nein, das ist nicht Standort. Das ist ein Standort, weshalb der Kinder. Steht bestimmt nicht da, oder? Nein. Okay, hier ist noch einer, was Standort ist. Zu nah will ich aber auch nicht haben. Also 10 Meter. Das muss ich machen, 8 Meter. Oder? Jetzt nehmen wir alle 8 Meter. Das ist ja alle 8 Meter eben. Die Farbe sieht gut aus, oder? Oh ja, sehr schön. Sehr schön. Gut. Das haben wir noch. Jetzt fahren wir vielleicht noch so in... Das sind 12 Meter. Aber den hole ich jetzt noch nicht. So, was brauchen wir noch? Achso, einen Traktor. Ich bin ja trotzdem untereinander. Auch wenn man da eigentlich viel zu viel Leistung dafür hat. Ist egal. Gut, ich muss ja nicht so ein riesen Paket hier rein machen. Und können wir auf 208 PS lassen. Achso. Und wenn man... Braucht die irgendwas... Hat die irgendwie schon Voraussetzen? Die Maschine? Ähm... Wo ist die denn? Wie ist es denn jetzt hier? Pfost. Hm. Hier. Hier. dann nehmen wir den 208 sps und die folgen nicht und mehr blaues und mehr blaues und mehr hoch 3 Punkte auf die hier vorne man weiß nie das brauchen wir eigentlich nie GBS, ja hm gibt es keinen Schaden aber ok mal woher ich sehe doch wie das ich habe es komplett in orange gemacht genau so machen wir den so eigentlich ich sehe schon das fällt auch mal ein bisschen dunkel so 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 Pfner die füschte oder krevo krevo wir müssen eben füchte nicht nur um da sind 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 die 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 Wir sind dort und wir müssen da runter. Wir müssen da runter und wir müssen da runter. Das sieht einfach aus. Oh ja hinten, wunder. Ich muss das jetzt tun, wie das ist. Gut. So. Ich muss die Klammer hier verladen. Schnell. Ich bin schon da. Ist das richtig wie in uns vorhin? So. 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 Auch. So. Hier kann man die Kilo nicht mehr so auszusehen. Ich weiß, dass ich mich nicht mehr so auszusehen kann. Okay. Dann gehen wir uns rein. Dann gehen wir uns rein. Wir sind die Kilo nicht mehr so auszusehen. Das war's für heute. und verurscht und auch und auch so dann muss er jetzt kommen und 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 Zägewachs Süd Zägewachs aus Blue Zägewachs bis Das ist ein ganzes und das ist ein ganzes und das ist ein ganzes Segen im Süd . . . . . Ich kann es nicht mehr sehen. Ich kann es nicht mehr sehen. So. So. Guck mal. Gut. In Ordnung. Ich mache trotzdem erstmal feierlich. Und dann. Und ich glaube nicht. J-Mo. Und beim nächsten Mal wäre der schönste Mal wieder. Also ich habe gar nicht so lange da noch. Dass ich wieder ein Video finde. Gut. Ihr seht es trotzdem. Zum bestimmten Tag wieder. Also wir wären wahrscheinlich in dem Endgame-Tag genug. Von der Zeit her. Wir haben uns wieder sehen. Bis dahin. Tschöööö.